Einen Sieg gab es schon am vergangenen Wochenende für einen bayerischen Schützen, denn es gab einen Bundesländervergleich zwischen den Bayern und den Schützen aus Baden-Württemberg. Und da hat der junge Mann aus Bayern die Nase vorn gehabt. Maxi Darlinger ist prompt ins Studio geeilt, mit seiner Waffe, ungeladen und alles soweit, dass nichts passieren kann. Aber er ist da. Herzlich willkommen, Maxi, erst einmal. Hallo. Servus. An deiner Seite, oder an meiner Seite, so muss man es ja richtig sagen, der alte Kempe Daniel Botmeier. Vierter war er schon bei den Olympischen Spielen. Servus, dass du wieder da bist. Danke für das All, ja. Ja, für das alte Schweiz. Wohlwollend gemeint, lang und gedient sozusagen. Und der Landestrainer Mario Gonsirowski ist ebenfalls mit dabei. Servus, erst einmal. Hallo. Ja, was heißt es jetzt? Zu winnen am Wochenende ist natürlich immer schön, aber was heißt es in der Wertigkeit? Wie viel ist so ein Wettbewerb Bayern gegen Baden-Württemberg wertunterschützen? Ja, also schlecht war es natürlich nicht. Die Leistung war sehr ansprechend, muss man sagen. Natürlich ist das jetzt im Hinblick auf den Verlauf des ganzen Jahres nicht so hochwertig. Wir haben jetzt schon einen internationalen Wettkampf gehabt, der definitiv früher Rettiger war. Das war die Isas in Dortmund. Die war recht gut, aber... Was heißt denn recht gut? Ich bin dritter geworden im Liegend, der Brodi, oder im Freistellungskampf wohnen. Von dem her mit ansprechender Konkurrenz war das schon sehr, sehr gut. Jetzt stapelt man nicht so tief. Ein Sieg ist ein Sieg. Sollte immer gefeiert werden. Wird sowas denn bei euch richtig gefeiert? Also gibt es da eine exzessive Party danach? So weit nicht. Also klar, wir feiern das schon, aber so richtig exzessiv, dass sich da Leute betrinken, das... Oder bist du noch zu jung? Darf er noch nicht mitmachen, Mario? Macht dann ihr sozusagen die Alten unter euch? Macht dann das Feiern klar? Wie ist es? Ja, das Feiern wird entsprechend der Größe des Erfolges sicherlich auch bei den Schützen praktiziert. Allerdings denke ich mal, dass das immer noch einen Rahmen hat. Also die Schützen sind, glaube ich, da im Vergleich vielleicht zu manchen anderen Sportarten da noch relativ zahm. Bevor wir jetzt noch weiter sozusagen auf die nächsten Termine kommen, und na klar, Daniel natürlich auch zu Wort kam, dass in der sich ja nach einer langen Verletzung jetzt wieder zurückgekämpft hat, wollen wir mal zeigen, wie es aussieht, wenn ihr dann am Skistand aktiv seid. Ein Kollege von uns, Sebastian Kramer, hat euch vor kurzem mal hier in Garching-Hochbrück dann aufgelauert beim Training. Ihr dürft gerne ein bisschen dazu noch weitere Erklärungen geben, wenn Maxi und Mario dann im Einsatz sind. Und das wollen wir Ihnen jetzt mal zeigen, denn das ist eine sehr, sehr konzentrationsempfindliche Sache. Es geht los, logischerweise, Maxi, dann darfst du gleich dich selbst ein bisschen hier erläutern, mit dem Umziehen, mit dem Anziehen. Und ihr habt ein recht aufwendiges Paket an Klamotten und an allem dabei. Was müsst ihr alles da so anlegen? Natürlich ist das zum einen die komplette Schießkleidung, also von Schuhe bis Hose, Jacke. Hier sieht man jetzt das Stativ, das für einen Dreistellungskampf auch wichtig ist. Da setzt man das Gewehr ab und da liegt die Munition drauf. Das hier ist das Gewehr, das baut man natürlich vor dem Wettkampf einzeln zusammen, die ganze Einzelzeile, damit das später auch alles zuverlässig sitzt und fest ist. Genau, der Trainer kontrolliert stets die Uhr, die Zeit. Jetzt fragen wir den Trainer, wie ist das so, wenn der Maxi loslegt? Ist er einer, der auf die Sekunde pünktlich ist, ist er ein Trödler? Na, der Maxi ist schon gut strukturiert, also da läuft das, glaube ich, mittlerweile schon sehr ordentlich ab. Man muss ja sagen, da gibt es direkt Handlungspläne, die die Vorbereitung klar aufbauen und auf was er da Wert legt beim Umziehen geht es eigentlich schon los. Da spult sich schon ein kleines Programm ab. Wie ist er dann, wenn es dann an den Schießstand geht? Wird er immer ruhiger, je näher der Wettkampf kommt und je näher der erste Schuss rückt? Es gibt ja so zwei Perspektiven, die, die man von außen hat, die bei den meisten Schützen sehr souverän und ruhig aussehen. Und dann gibt es die Perspektive, die der Sportler hat und die ist natürlich bei richtigen Events, wenn ich an Olympische Spiele zum Beispiel denke, alles andere als ruhig und souverän. Schaust du da sogar zu Daniel, wieso? Weil wir beide schon so einige Sachen da durch haben. Ja, definitiv, also Olympische Spiele sind nochmal ein bisschen was anderes wie so ein kleiner Wettkampf in München oder jetzt halt wie die Isas. Die Isas ist zwar hoch besetzt, aber es sind ja keine Olympischen Spiele und Olympische Spiele, da wird es richtig heftig. Also da hat es nichts damit zu tun, dass man ruhiger wird, wenn man an den Schießstand geht. Ganz im Gegenteil, da wird es, da merkt man schon Pumpen, ganz schön. Im Nachhinein der vierte Platz, das war ein Riesenerfolg, aber es ist immer so der sogenannte Holzplatz, dicht am Podest, vorbeigeschossen. Tut es dir weh noch im Nachhinein? Nein, also eigentlich nicht. Also ich habe in London, bin ich ein Fünfter geworden, 2012 und in Rio jetzt ein Vierter. Und wenn ihr jetzt an den Wettkampf denkt, dann war der einfach gut geschossen. Also ich habe das Beste rausgeholt an dem Tag, es ist nicht mehr gegangen. Ich habe wirklich Probleme gehabt in der Vorbereitung, es ist alles nicht optimal gelaufen. Wie es halt immer so ist bei Olympischen Spielen, da ist alles, was da irgendwie so daherkommt, wo es man nicht brauchen konnte, ist halt nicht so gut. Und da war es halt wirklich so, ja, ich habe das Beste rausgeholt, was an dem Tag möglich war. Wir wurden London Fünfter, Rio Vierter, jetzt können wir ja ausrechnen, in zwei Jahren. Wir sind drei, das habe ich ganz schön aufgeheert. Also in dem letzten Jahr immer so alle guten Dinge sind drei oder Sushi essen in Tokio und so ein Zeug, das haben wir alles schon durch. Aber was noch einmal jetzt für dich, zu sagen, okay, ich war schon zweimal wirklich knapp dran, denn du hast ja nach Rio erstmal ausgesetzt, ein Jahr nix gemacht, dann kam noch eine Verletzung am Ellbogen, recht kurios, muss man dazu sagen. Naja, das kann passieren. Und dann zurückzukommen ist ja doppelt schwer. Ja, also das mit der Pause war davor schon klar. Also vor dem Olympischen Spiel in Rio war schon klar, dass ich auf jeden Fall eine Pause mache. Also ich arbeite und nebenbei schieße ich. Und das ist halt alles nicht so einfach. Wenn man zwei Olympia-Zyklen mitmacht, dann ist man einfach ziemlich ausgelaugt. Und das ist eine Mentalsportart, das ist eine Kopfsportart. Und wenn man da mit Leidenschaft und Herz nicht dabei ist, dann macht das einfach wenig Sinn. Und ja, zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass ich gesagt habe, nein, das geht nicht mehr und war auch okay. Und ich habe aber gemerkt im Laufe der Zeit, dass man da ziemlich viel abgeht. Aber eigentlich ist es mir nicht so darum gegangen, dass ich sage, ich möchte jetzt da Tokio und möchte unbedingt eine Medaille und so das als Zielsetzung. Sondern mir gehen da einfach die Leid ab. Mir geht das Feeling ab, mir geht das Wettkampf-Feeling ab, dass ich auch in anderen Wettkämpfen, nicht nur bei Olympischen Spielen, einfach nervös bin, dass das Adrenalin da ist. Und mir macht das wahnsinnig viel Spaß, wenn ich mit den Jungen jetzt da schießen kann und mit Betteln kann. Da bringst du so eine ganze Steilvorlage. Du wirst jetzt 31, gell? Ja, genau. Und bist so ein bisschen, ich muss mal sagen, der Vater der Kompanie und jetzt dann auch so etwas wie derjenige, der so als anlehnende Schulter schon da ist, gerade für Leute wie Maxi? Also das ist auch mein Ziel. Also meine Zielsetzung selber ist eigentlich, dass wir in Tokio, wir waren in Rio richtig erfolgreich. Es waren richtig geile, geile Spiele für uns und die haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch für mich, obwohl ich jetzt nur vierter geworden bin, aber es war trotzdem ein wahnsinniger Spaß. Und ich wünsche mir einfach, dass wir in Tokio mit einer tollen Truppe da hingehen und die Truppe miteinander Spaß hat und Erfolg geholt. Und ob ich dann da dabei bin und die Erfolge mithole, sehen wir dann, wenn es soweit ist, läuft noch viel Wasser da noch, wie man so schon sagt. Und mir ist das egal, wer dann dort ist, aber die, die dort sind, sollen Spaß haben und sollen eine Folge holen. Ja gut, diesem Jahr kann man es relativ schnell sehen. Die Weltcups stehen an und dann in Südkorea, wo dann auch im Herbst die Weltmeisterschaft ist. In München wird ebenfalls Weltcup ausgetragen, da seid ihr dann wieder hier und empfangt die Elite auf eurer Hausstrecke, auf eurer Hausbahn. Was hast du denn so im Gefühl, wo geht die Tendenz da hin, was hast du vorgenommen? Also dieses Jahr ist es wirklich nur so, ich habe nur ein bisschen Probleme mit meinem Ellbogen, ich kann noch nicht das volle Training machen. Ich habe jetzt das erste Mal letzte Woche einen internationalen Wettkampf geschossen mit einem Finale dabei und habe dann gleich mal am Samstag den Wettkampf, wo der Maxi ja wirklich gut geschossen hat, da habe ich gleich mal aussetzen müssen, weil es einfach nicht gegangen ist. Also weil Leute ein bisschen angeschwollen waren am Ellbogen, da muss man ein bisschen Pause machen. Also ich tue das Ganze noch ein bisschen mit Belastung und Entlastung, also Erholung, tue ich das ein bisschen vor mich hinschieben. Aber ich möchte auf jeden Fall zu Olympische Spiele, äh zu Weltmeisterschaften dieses Jahr und möchte auch am besten ein Finale. Du bist ja aus dem Camper gefallen, sozusagen, und zwar sozusagen, weil die Schuhbande nicht zu waren, also so ungeschickt, wie man nur sein kann, ist das passiert und ja, du wieder da. Na, also ich bin in Yukon Kanada von Bern angefallen worden, das habe ich ja schon gesagt, und der liegt jetzt bei mir vor dem Bett, als Bettverleger. Ich hätte die Narbe auch irgendwie anders verkauft, als zu sagen, ich bin aus dem Camper rausgefallen. Er ist tatsächlich rückwärts, vorletzter Tag im Urlaub im Yukon Kanada, 200 Kilometer von der nächsten Ortschaft weg, falle ich rückwärts aus dem Camper raus und brieche meinen Allerbogen, ja. So, jetzt wollen wir schnell noch die anderen nochmal zu Wort kommen lassen. Mario, ist da gerade so ein Generationswechsel schon am Laufen, dass Daniel sicherlich als einer der Erfahrenen in den nächsten Jahren bei Schlau scheinen wird, Maxi zum Beispiel einer von denen, die nachkommen? Das ist, glaube ich, auch eine ideale Zusammensetzung, die wir jetzt auch wieder in der Trainingsgruppe haben. Wir haben ja einen Star haben wir jetzt schon verabschiedet, das war die Barbara Englehrer, die war auch in dieser Trainingsgruppe drin, unsere Olympiasiegerin. Und bei den Männern haben wir die glückliche Situation, dass wir den zweifachen, er war ja schon zweimal Junioreuropameister mit dem Luftgewehr, dass er in diese Trainingsgruppe dann gekommen ist. Und der Brody, der damals noch eher einer der Jüngeren war, hat jetzt doch hier mit seiner Routine, mit seiner Erfahrung sicherlich auch schon den Maxi den einen oder anderen Tipp gegeben. Und es ist auch immer super, wenn man die Situation hat, dass sich jemand im Schatten von jemand Großen entwickeln kann. Und das ist in der Tat so, dass der Daniel da hier auch eine sehr positive Rolle in der Trainingsgruppe spielt und auch für mich als Coach da schon auch einige Rollen übernimmt, die sehr positiv sich aussehen. Weil bevor sozusagen die Sendezeit wirklich rum ist, weht ein anderer Wind jetzt bei den Senioren, bei den Junioren vorher, war es dann vielleicht schon fast ein bisschen selbstverständlich, vorne dabei zu sein? Ja, ja, also vor allem im letzten Junioren war es tatsächlich so, wenn der Wettkampf einigermaßen gut lief, dann war das Finale fast immer drin. Also, wie gesagt, vor allem im letzten Jahr. Jetzt bei der Herrenklasse hat er das grundlegend geändert. Da sind halt einfach Spitzenleistungen gefordert. Und wenn man dann an dem Tag, wenn es darauf ankommt, nicht die Top-Leistung bringt, dann reicht es halt nochmal einfach nicht fürs Final. Weil andere Nationen schlafen auch nicht. Die trainieren genauso wie mir für auch die Wettkämpfe. Dann lass dir mal vom Daniel erklären, wie man das so macht, dass man so Ruhe entwickelt, auch wenn es dann beim großen Wettkampf dann an der Zeit ist, abzudrücken. Danke euch, dass ihr da wart. Mensch, die Zeit ist so schnell verflogen. Ihr müsst wiederkommen, am besten dann vom Weltcup nochmal. Dann hoffe ich, sehen wir die Schützen wieder hier in der Sportarena für die Woche. Da sind wir durch. Kommenden Montag sehen wir uns wieder hier. Bis dann. Servus. Servus.